Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, möglicherweise fragen Sie sich vor einem Wechsel ans Technische Gymnasium hier in Weiblingen, was bringt mir das eigentlich und was kommt im Unterricht hier auf mich zu? In dem folgenden Video möchte ich auf diese Fragen genauer eingehen. Das Technische Gymnasium baut auf einen mittleren Bildungsabschluss auf und führt in drei Jahren zur allgemeinen Hochschulreife, zum Abitur. Damit erwerben Sie die Studienberechtigung an allen Hochschulen und Universitäten und das in allen Fachrichtungen. Nach der Eingangsklasse, in der Sie, da Sie ja aus ganz unterschiedlichen Schulen und Orten zu uns kommen, erst einmal ankommen und sich auf die Anforderungen am TG einstellen können, schließt sich bei uns, wie an allen Gymnasien, eine zweijährige Kursstufe an, die mit der landeseinheitlichen Abiturprüfung endet. Also eigentlich ein ganz normales Abitur. Und doch bieten wir etwas ganz Besonderes. Durch unsere Profilfächer Mechatronik, Informationstechnik oder Technik und Management haben wir zusätzlich zum allgemeinen Abitur auch noch eine besondere Spezialisierung im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich. Gerade Schülerinnen und Schüler, die hier ein besonderes Interesse oder eine Begabung haben, können diese sehr gut einbringen und sich hier entfalten. Außer dem Profilfach haben wir der Eingangsklasse natürlich die Kernfächer Deutsch, Mathematik und Englisch. Weitere Pflichtfächer sind Geschichte mit Gemeinschaftskunde, Religion bzw. Ethik, Wirtschaftslehre oder Projektmanagement, Physik, Chemie, Informatik und Sport. Alle Fächer werden in Vorbereitung auf die Oberstufe unterrichtet und können bei entsprechender Kurswahl gegebenenfalls sogar als Prüfungsfach im Abitur gewählt werden. Die Fremdsprachen haben eine besondere Stellung. Für das Erreichen der allgemeinen Hochschulreife müssen Kenntnisse in zwei Fremdsprachen nachgewiesen werden. Wer bisher nur Englisch als Fremdsprache hatte, kann die zweite Fremdsprache bei uns neu beginnen und muss diese bis zum Abitur weiterführen. Angeboten werden Spanisch oder Französisch. Wer in seiner jetzigen Schule schon vier oder mehr Jahre Unterricht in einer zweiten Fremdsprache hatte, braucht am TG keine zweite Fremdsprache mehr besuchen. Einen besonderen Schwerpunkt bilden bei uns die Naturwissenschaften. Ebenso wie im Profilfach werden hier die Kenntnisse durch die praktische Anwendung im Laborunterricht vertieft. Grundsätzlich gilt für unseren technisch-naturwissenschaftlichen Unterricht, wir reden nicht nur darüber und welzen Formeln, wir tun es auch. In unserem Bildungsplan haben wir umfangreichen Laborunterricht in Physik und Chemie, in den Profilfächern und in Informatik. Eine Besonderheit unserer Schule ist die einjährige Projektarbeit, die wir in der Oberstufe im Profilfach anbieten. In einem selbstgewählten Projekt werden in kleinen Gruppen die Kenntnisse aus der Theorie angewendet und umgesetzt. Vom Kart bis zum Computerspiel und von der Drohne bis zum autonomen Grill ist alles möglich. Hauptsache, es wird von Grund auf selbst entwickelt und gebaut. Jedes Jahr wird das beste Projekt mit dem beliebten Philipp-Hafner-Preis unseres Bildungspartners ausgezeichnet. Dieser große Praxisbezug und die vielfältigen Möglichkeiten in unseren Werkstätten und Labors sind nicht nur für das technische Verständnis sehr gut, sie machen auch einfach Spaß. Gerne würden wir diese Begeisterung mit Ihnen teilen und freuen uns darauf, Sie im Sommer hier bei uns zu sehen.